Der Boxer. Ein athletischer Familienfreund mit reicher Geschichte. Der Boxer hat seine Ursprünge im Deutschland des 19. Jahrhunderts, entwickelt aus dem Bullenbeißer, einem Jagdhund alten Typs. Diese Hunde wurden gezüchtet, um auf Großwildjagden das Beutetier bis zum Eintreffen des Jägers festzuhalten. Im Laufe der Jahre wandelte sich die Rasse durch gezielte Zucht hin zum Boxer, wie wir ihn heute kennen, wobei besonderer Wert auf Intelligenz, Robustheit und Treue gelegt wurde. Bedeutende Rollen spielten Boxer in beiden Weltkriegen, wo sie als Kuriere, Schutz- und Sanitätshunde eingesetzt wurden. Ihre Fähigkeit unter extremen Bedingungen zu arbeiten und die starke Bindung zu ihren menschlichen Partnern machten sie zu wertvollen Militärhunden. Auch heute noch werden Boxer wegen ihrer ausgeprägten Wachsamkeit und ihres Schutzinstinkts in vielen Bereichen, darunter als Polizei- und Rettungshunde, geschätzt. Der Look des Boxers – Stärke und Eleganz im Detail. Boxer sind mittelgroße, muskulöse Hunde mit einem markanten, quadratischen Kopf und einer starken Kieferpartie. Ihr kurzes, glänzendes Fell, das in Fawn, Brindle und selten in reinem Weiß vorkommt, bedarf minimaler Pflege. Männliche Boxer erreichen eine Schulterhöhe von etwa 57 bis 63 Zentimeter und wiegen zwischen 27 und 32 Kilogramm, während Weibchen etwas kleiner und leichter sind. Ihre lebhaften, dunklen Augen und die hoch angesetzten, gefalteten Ohren verleihen dem Boxer einen aufmerksamen Ausdruck, der typisch für die Rasse ist. Familienfreund Boxer – Warum er das Herz ihrer Familie erobern wird Boxer gelten als hervorragende Familienhunde. Ihr freundliches, geduldiges und schützendes Verhalten macht sie besonders geeignet für Haushalte mit Kindern. Sie zeigen eine natürliche Vorsicht gegenüber Fremden, während sie gegenüber Familienmitgliedern extrem anhänglich und liebevoll sind. Ihre spielerische Natur hält sie auch im Erwachsenenalter aktiv. Was zu lustigen und energiereichen Spielzeiten führt. Die Interaktion mit anderen Haustieren kann variieren, aber Boxer, die von klein auf sozialisiert wurden, leben oft harmonisch mit anderen Hunden und sogar Katzen zusammen. Ihre Sozialisierung sollte früh beginnen und umfassen, dass sie auf positive Weise verschiedenen Menschen, Umgebungen und anderen Tieren ausgesetzt werden. Dies fördert ein ausgeglichenes Temperament und mindert das Risiko von Aggressivität oder Angst. Erziehung und Haltung Boxer sind intelligent und lernwillig, was sie zu einem Vergnügen in der Ausbildung macht. Jedoch benötigen sie eine konsequente Erziehung, da sie manchmal stur sein können. Positive Verstärkungsmethoden, wie Leckerlis und Lob, sind effektiv, da sie die Beziehung nicht unter Druck setzen. Frühes Training und Sozialisation sind entscheidend, um die natürlichen Instinkte des Boxers zu managen und ein gesundes Verhalten zu fördern. Die optimale Wohnsituation für einen Boxer ist ein Zuhause, das regelmäßige Bewegung ermöglicht. Sie passen sich an das Wohnen in einer Wohnung an, wenn sie täglich ausreichend ausgeführt werden. Aber ein Haus mit einem sicher eingezäunten Garten ist ideal. Ihre Energie und Größe bedeuten, dass sie Raum zum Spielen und Erkunden benötigen, ohne dabei Risiken wie das Entlaufen oder Verletzungen einzugehen. Zuchtziele im Vergleich Schönheit trifft Leistung beim Boxer In der Zucht von Boxern gibt es zwei Hauptansätze. Die Schönheitszucht, die sich auf das Aussehen konzentriert, und die Leistungszucht, die Wert auf Gesundheit und Arbeitsfähigkeit legt. Schönheitszucht folgt strikt dem Rassestandard, was zu Hunden führt, die in Ausstellungen herausragen können, jedoch manchmal zu Lasten der Gesundheit. Auf der anderen Seite priorisiert die Leistungszucht Merkmale wie Intelligenz, Ausdauer und Gehorsam, was für Dienst- oder Arbeitshunde ideal ist. Der Unterschied in den Zuchtzielen kann signifikant das Wohlbefinden und das Verhalten der Hunde beeinflussen. Boxer aus Leistungszucht zeigen oft eine höhere Stressresistenz und sind gesünder, da ihre Züchter Wert auf genetische Vielfalt und Robustheit legen. Umgekehrt können durch die Schönheitszucht gezüchtete Boxer anfälliger für erbliche Krankheiten sein, was potenzielle Besitzer bei der Auswahl eines Hundes berücksichtigen sollten. Bewegung ist Pflicht. Ein aktives Leben für ihren Boxer. Der Boxer ist eine sehr energetische Rasse, die tägliche körperliche und geistige Anregung benötigt, um gesund und zufrieden zu bleiben. Mindestens eine Stunde intensiver Aktivität pro Tag wird empfohlen, um ihre Energie zu kanalisieren. Ideal sind Aktivitäten, die sowohl ihren Körper als auch ihren Verstand fordern, wie fortgeschrittene Gehorsamkeitskurse, Agility-Training oder Schutzhundesport. Für den täglichen Auslauf sind lange Spaziergänge, Laufen oder Wandern hervorragend geeignet. Spiele, die schnelle Bewegungen und Wendungen beinhalten, wie Frisbee- oder Ballspiele, sind ebenfalls ausgezeichnet, um den Boxer körperlich auszulasten und seine agilen Fähigkeiten zu fördern. Die Beteiligung an Hundesportarten kann zusätzlich helfen, die tiefe Bindung zwischen Hund und Halter zu stärken und dem Boxer eine sinnvolle Aufgabe zu geben, die seine Arbeitslust befriedigt. Ein gesundes Boxerleben, häufige Krankheiten und vorbeugende Pflege. Boxer sind anfällig für bestimmte Gesundheitsprobleme, einschließlich Herzkrankheiten, wie die erortenste Nose und Hüftdysplasie. Eine regelmäßige gesundheitliche Überwachung durch einen Tierarzt ist wichtig, um frühzeitig Anzeichen von Krankheiten zu erkennen. Präventive Maßnahmen wie eine ausgewogene Ernährung, regelmäßige Bewegung und gesundheitliche Screenings können helfen, das Risiko von Erkrankungen zu minimieren und die Lebenserwartung, die typischerweise zwischen 10 und 12 Jahren liegt, zu maximieren. Pflegeleichter Boxer Tipps für die tägliche Routine Die Pflege eines Boxers ist relativ einfach aufgrund seines kurzen Fells. Regelmäßiges Bürsten etwa einmal pro Woche hilft, abgestorbene Haare zu entfernen und die Haut gesund zu halten. Während dem Fellwechsel kann häufigeres Bürsten erforderlich sein. Die Ohren sollten wöchentlich auf Anzeichen von Infektionen überprüft und gereinigt werden. Und die Zähne benötigen regelmäßige Pflege, um Zahnprobleme zu vermeiden. Züchterauswahl So finden Sie den richtigen Boxer für Ihre Familie. Die Auswahl eines verantwortungsvollen Züchters ist entscheidend beim Kauf eines Boxers. Ein guter Züchter legt großen Wert auf die Gesundheit und das Wohlergehen seiner Tiere und bietet ausführliche Informationen über die Abstammung und Gesundheitsgeschichte der Welpen. Achten Sie auf Züchter, die Gesundheitszertifikate und klare Stammbäume vorlegen können. Und meiden Sie diejenigen, die keine transparenten oder nachprüfbaren Informationen bieten. Ein verantwortungsvoller Züchter wird auch nach dem Verkauf Unterstützung bieten und Interesse an der Entwicklung des Hundes zeigen.